Freunde was geht ab und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal Heute werden wir mal zum ersten mal auf diesem Kanal Modpack spielen und zwar RLCraft oder wie das hieß ähm ja in diesem Video wird viel passieren ich hab die Mod nicht ganz verstanden ich hoffe natürlich dass das Video euch trotzdem gefällt ähm auf jeden Fall sind viele Sachen passiert die man auch also es gab ein paar Kreaturen wo ich dachte die man auch vielleicht mal äh ins Spiel einbauen könnte aber im Endeffekt war es halt eine Welt mit Dinosauriern und ja falls ihr solche Videos feiert lasst gerne ein Like und ein Abo da und das würde mich mega unterstützen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Video okay Freunde ich würde sagen wir gehen rein ich bin mega gespannt was passieren wird ich hab auch Bock wieder ein Modpack anzuzocken oder sagen wir erstellen mal eine neue Vase ähm wie sollen wir denn Video einfach oder oh mein Gott was ist das hier für ein Spawn oh mein Gott die Hotkeys sind anders wieder oh mein Gott ich muss scrollen oh mein Gott die wheel und warum dauert das zu lange um abzubauen Produktion heute noch diese Animation. Hä? Ich muss meine Hotkeys kurz ändern, bitte. Ganz kurz. Okay, es sieht momentan... Oha. Warum bekommen wir die Blumen nicht raus? Es hört sich auch sehr unangenehm an. Das Hüpfen. So, und warum? Was geht jetzt auf? Hallo, 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 hallo. Digga. Hä? Hä? Ach, das ist ja hardcore. Komm, hier geht's nicht zusammen. Oh, was sind das für Geräusche? Hallo. Warum brauche ich so lange, um diese Scheiße hier abzubauen? Digga, was? Was ist das? Warum brauche ich so lange? Warum wird mein Bildschirm auf einmal so? Hä? Ich check's nicht, wirklich. Bro, wann ist denn dieses Holz jetzt fertig, Digga? Digga, wie lange brauche ich denn? Es stoppt nichts. Was ist hier? Bro, was ist hier los? Ey, bitte. Hörst du mich an? Ey, Bro. Warum muss ich mich hier ausrüsten? Oh, hallo. Was geht hier ab, Digga? Es ergibt nicht mal andere Zeise sind, dieses Game, oder? Ich check's nicht. Hallo, 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 hallo. Okay. Okay, anscheinend dürfen wir Buttons nicht drücken. Warum auch immer. Ich hoffe, jetzt ist erst mal ein bisschen friedlich. Also, ich glaube, das hat hier irgendwie, man muss hier looten und so. Ähm, ich muss sagen, die Sounds facken mich so ein bisschen ab. Sagen wir aber was zum Essen. Okay. You don't need, was? Ja, ich darf damit in die Tür nicht zu sein. Hey, what the hell? Ich muss ins Wasser. Oh mein Gott, man sieht auch so unscharf. Was sind das für Viecher, Digga? Brauchen wir mehr Loot, Digga? Kommt wir hier nicht drauf? Ey. Oh. Ich versuch's sehr ehrlich, Digga, dass ich immer ne Abkühlung brauch, Digga. Das ist ja wirklich los. Das ist ja Geist, halt eigentlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Lass mich raus. Mich ruf dir mal an. Ingame. Oh mein Gott, ich ruf dir jetzt jemand an per WhatsApp. Oh mein Gott. Schau dir den Drachen euch an. Oh mein Gott, wie cool. Wie cool, wie cool. Mir einfach reingefallen. Ey, ich muss doch kurz rumgehen. Na gut, äh, was machst du eigentlich? Ich kaffe mit dir. Deja, was ist das? Äh, oh mein Gott, ich bin instant tot. Ich sag euch ehrlich, das Modpack ist... Scheiße. Das Modpack ist kacke. Warum liegt mir denn so kalt, Digga? Bist du lost, Digga? Hallo. Kann man nicht reiten? Digga, man ist instant down, Digga. Was ist das? Ey, nee, Freunde, Digga. Ich spiele das Modpack nicht nochmal, Digga. So, ich spawne im Wasser. Chili. What the fuck? Es macht literally überhaupt keinen Spaß. Das ist so dumm. Oh, schaut mal, wenn wir hier einen Knopf drücken, Digga. Oh, ich darf nichts craften, weil ich nicht Level 5 bin. Das ist ein Quatschmodpack, ehrlich. Das ist ein Quatschmodpack. Oh mein Gott. Freunde, die Tiere sind ja schön und gut, Digga, aber was ist das jetzt wieder? Also, das ist ganz schlimm. Ich fuck das so ab. Warum? Ey, nervt doch. Was kann ich denn aus den Rocks machen, Digga? Kann ich wieder platzieren. Hä? Was soll ich denn da raus machen? Was soll ich denn da raus machen? Wie ist denn da irgendwas aus Craften? Cobblestone. Oh mein Gott, wie gut. Wir müssen noch irgendwie an Holz rankommen. Digga, man sieht literally gar nichts im Game, ne? Falls ihr das jetzt gerade schaut. What the fuck? Ach. Warum bin ich One-Shot? Das kann dir doch niemand erklären, Digga. Was soll das für ein Mod-Pack sein, Digga? Schau mal, wo spawn ich? Wo spawn ich? Ich stehe gar nichts mehr, ne? Bro, schaut mal, wo ich spawne, Digga. Was ist denn dieses... Ja, schau mal, jetzt holt er mich. Bro, ganz ehrlich, Digga. Wo werde ich denn aber auch gespawnt? Meine Güte, Digga. Jetzt wieder diese Scheiße hier. Ich glaube, das ist so schwer, dieses Spiel... ...zuseppeln. Digga, das muss mal Basti spielen. Warum spawnt er direkt neben mir? Ey, Digga, fuck mich doch bitte jetzt nicht ab. Ey, ey, ey. Warum sind... Digga, was ist das, das Slenderman? Der kommt zu mir, oder wie? Oh mein Gott, Digga, hätte ich ja jetzt gar nicht erwartet, dass ich sterbe. Was für eine Scheiße, Digga. Was ist das für ein Kack, Digga. Was ist das für ein Scheiß-Spiel? Bro. Was ist das für ein Scheiß-Mod-Pack, Digga? Was soll das? Ne, Digga, Freunde, das ist es nicht. Das ist es ehrlich nicht. Bro. Das ist ja so schlecht. Das ist ja so schlecht. Das ist ja so ein schlechtes Spiel. Von der Textur her und so. Okay, nice. Digga, aber du hast ja nicht mal die Chance irgendwie zu überleben. Du kannst ja nicht mal Holz abbauen oder so. Ist das ein Scheiß. Das ist ja so schlecht. Das ist ja richtig schlecht. Also, sorry, Digga. Aber das kannst du doch nicht als Mod-Pack. Digga, das ist doch kein Mod-Pack, bitte. Ist das schlecht, Digga. Ja, gut, Freunde. Soll es auch mit dem Video gewesen sein. Man hat keine Chance, in diesem Spiel zu überleben. Ist ein Kack-Mod. Digga, was soll die Kacke? Na gut, Freunde. Ich habe ehrlich keinen Bock mehr. Haut rein. Ciao. Das war's.